ja hallöchen und herzlich willkommen einem wunderschönen guten morgen je nachdem ich lade ich nehme gerade mitten in der nacht noch auf es ist oder in der frühe sozusagen um fünf uhr es ist fünf uhr also ein bisschen leise sein und ich habe hier ein paar infos wieder hier müssen wir zurückgehen ins arsenal london ist das arsenal wieder hier hinten glaube ich war das oder schmiede da ist es wurde mir geschrieben und zwar auf ausrüstung war fest muss ich die waffe kurz gucken wo ist mein waffe bogen 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 zurück wo ist mein bogen zurück erstmal auf excalibur auslösen die wollen wir haben ach so okay ist meine waffe nicht die hier da müssen wir auslösen wurde mir eben gesagt die können wir auch nehmen schauen wir geil wo ist mein bogen da ist mein bogen das ist doch mein bogen muss ich doch für jedes mal zahlen hier wenn ich meinen bogen wieder nehmen will da ist mein bogen der ist geil wie sieht der aus ich brauche mehr power hier jetzt pass mal auf jetzt mache ich mal dies hier auslösen und dann tue ich noch mal hierbei dann sehe ich ja was da besser ist mit dem bogen der macht mehr schauen also wer der besser obwohl mir der andere besser gefällt muss ich ganz ehrlich sagen meiner gefällt mir am besten und der schlechter okay der ist schlechter dann müssen wir den nehmen der ist überall besser dann nehmen wir den kaufen nicht genügen super das brauchen wir echt echt geld wahrscheinlich aber das wärs zurück scheißen durch gut wir haben das und jetzt muss ich mal gucken noch was gibt es neues und zwar kommunikation hier kann man klaren auch erstellen da hat er den eigenen klaren lernen über klaren und dann haben wir das klaren ist extreme studio geht es umgültige zeichen scheißen trick wir haben unseren eigenen klaren geil oder macht mein woche bei mir so gut sind dann könnt ihr beitreten wenn ihr wollt online im moment einer und das bin ich kleinverwaltung muss einladen ränge bearbeiten verlassen das können wir dann noch machen und dann freunde posteingang hier können wir kriegen wir post auch vielleicht du hast keine nachrichten in deinem posteingang scheißen trick wir haben keine post leute freunde hier freunde pass mal auf anfangen anfragen 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 annehmen gut weil wenn er online ist dann kann er mitspielen hat er gemeint können wir mal was zusammen tun jetzt pass mal auf jetzt machen kleine einladung nutzer ist bereits in einen klaren ok gut kein problem und hätten wir wenig jemand dabei gut nach hand gehen wir weiter jetzt haben wir wieder fünf minuten schon was halt hier um die man kriegen wir den gefangenen das ist aber nicht die gefangenen wo ich letztes mal gemacht habe es sind noch zu schwach auf der brust die können wir nicht machen wir können wie von den namen hier ist gespürt gespürt die auch 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 ok tenner sind alle gespürt ist jetzt mal auf jetzt gehen wir mal hier merkur hier auch was auswählen ich mal hier auch was man hier sehen alles gespürt wieder oder zwei bis zwei bis fünf auslöschung ich glaube das war das aber darf merkur irgendwie stimmt da was nicht doch das war die letztes mal die haben wir letztes mal gemacht siehst du das und das sind härtere ohne mit der ehre planetäre aber wir haben die gefangenen doch gemacht gehabt wir machen es einfach noch mal mission starten in vier drei zwei eins und wir fliegen wieder zum planeten ernte als nicht mehr mag wo alf und wie der da dran hängt ist sogar so und jetzt kommt die quatscht hunde wieder legt mich am arsch das wissen wir schon frohe jagt ach jetzt immer wieder hier guck mal an müssen hier rüber hier müssen wir jetzt sind wir auf der richtigen joggt die von driver oder oder ich mich jetzt da ist jetzt mal einen vernünftigen hut auf für mich lady ist normalerweise zu innen ist er ist nicht in dieses mit dem bogen geht es immer so vieles voll daneben geschossen dieses tag können wir alle ausschalten mit einem schuss mit den anderen ist ja so dass man 10.000 schüsse braun ich muss da schon etwas schneller reden ich habe mich noch nicht bemerkt bleiben unerkannt der hund ist auch noch unterwegs hier bekämpfen sich gegenseitig lassen ach komm her freundchen wirklich nicht so heftig oben ist einer ich hab die schuss mit dem verschießen hilft nicht hilft nicht auch voll daneben gefällt wo ist denn der scheißen dreckiges schirm wir brauchen heilung jetzt müssen wir wieder zurücklaufen wir brauchen ihn jetzt irgendwann muss er doch da kommen zwei sind 54 ich ein doch schießen hat sogar geholfen you found a target capture them quickly before the escape Nein, Scheißen, Dreck, Schnell, weil ich schon so angeschlagen war. Schnell, schnell, wo ist denn? Geh weg hier. Ich habe mir schon wieder so viel gekostet. Ach, jetzt ist er hier. Was soll denn die Kacke? Brauchen wir den vorher? Wo springt denn der rum? Ach, komm mir. Oh. Ja, ja, ja. Wir sind zu zweit, oder wie? Sind die zu zweit? Ach. Die sind voll zu zweit, wie soll die? Zwei schaffen. Oh, komm her. Scheißen, Dreck hier. Komm, wir sind zu zweit. Nein, komm doch. Komm her. Ach, komm. Also, jetzt wird es echt heftig. Mit den Scheiß zu zweit. Komm, jetzt brauche ich den Coop auch noch. Schnell. Mach die Tür auf. Ich komm gleich. Die Scheiß, ich bin mir zu zweit. Das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht. Nein, komm mal. Ah, schnell. Und wo ist der zweite? Das waren noch zwei. Jetzt müssen wir hier zurück wieder. Jetzt sind wir wenigstens nicht so oft gestorben hier. Ich sehe jetzt selber, was eine Waffe ausmacht. Krass. Wir schießen hier. Ah, da drüben. Okay. Wo schießt denn der? Komm, schieß. Und jetzt alle. Oh. So. Da will die kommen, du. Da will die auch meißen. Komm hoch. Ich weiß, dass du da bist. Komm hoch. Komm. Erhebe dich, Bruder. Ah, den hab ich getroffen. Ich wollte da. Voll. Jetzt bewegt ich sie doch. Scheißen, Dreck. Wo ist denn der? Krass, oder? Krass, 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 krass. Er schießt nicht hier noch. Wo sind die? Krass, 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 krass. Bleib bloß, wir füllen. Jetzt geht der Weg, du. Die. Wir schießen hier noch. Wow. Wahnsinn, wie die kommen, weh. Wie viel sind das noch? Ziele üblich, null. Ich seh da null. Wahnsinn. Hier ist eine Karte. Krass. Die müssen wir einsacken. Da, wo müssen wir jetzt hin? Oh, ich dachte, null sind übrig. Oh, krass, wie der dort drangelebt, ey. Da habe ich festgetackert mit dem Pfeil. Schaffen wir es. Wir schaffen es diesmal. Ach, komm. Das war ein guter Run. Bis jetzt. Ich dachte, null Ziele übrig. Ich denke, es ist ein dick, ey. Scheiße, ich denke, es sind die. Who isn't there? Oh, shit. Ich brauche eine Deckung. Ruhe! Gib Ruhe, Freunde! Warum? Ich explodiere das 14! Ach du Kacke! Nur Ziele übrig und geht hier zu wie... Und dahin war doch noch einer! Da muss ich auch vor... Ah... Da auch ein bisschen Schutz... Wir schießen hier noch... Ach hier... Geh weg! Ach, wo schieß denn ich hin? Wir müssen da durch! Es wird schon leerer! Woher traute? Wo kommen die alle her? Krass oder wie sie zugeht? Ich seh dich! Wo sind das? Wollte der da rauf springen und die ist explodiert! Er ist denn jetzt noch hier! Wo wird denn hier geschossen? Krass, krass, krass! Ich seh auch da nichts mehr! Ich seh auch da! So, das war der letzte, denke ich! Wir müssen hier durch! Jetzt ist er wieder weg! Und wenn wir jetzt nicht gewinnen würden, die Mission, dann... Weiß ich nicht mehr so gut wie wir jetzt sind! Wir müssen doch da runter, oder? Oder da rauf! Okay, dann müssen wir mir rauf wahrscheinlich! Wie komme ich da rauf? Wie komme ich da rauf? Huuuuhhh! Was ist denn jetzt schon wieder? Ach du Kacke. Das Mund ist gar kein Ende hier. Scheißen Dreck. Aufladen, aufladen. Ich hab noch keine Munition mehr, wahrscheinlich. Scheine Glotte auch hier. So ist es gut, so ist es gut. Ich komm überall her. Schnell, es wird wieder ein bisschen länger die Folge. 23 Minuten haben wir schon. Aber wir haben es ja gleich geschafft, Jungs. Ach, das ist ja... Holt mich, wo ist mir da am Schiff? Yeah. Gute Folge, denke ich mal. Gut gekämpft. Einmal gestorben. Geil. Einmal getorben. Das ist jetzt auch nicht gebraucht, aber hilft ja nichts. Ach, war das geil. Hat mir wieder gefallen hier. Wir haben ja am Anfang eben so Sachen gemacht, wie unseren Bogen gesucht und so weiter, ausgerüstet. Dann haben wir Freunde eingeladen und ja, jetzt haben wir eben die Person erst später gestartet, deswegen ist es ein bisschen länger geworden. Aber ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, da frei zu sein. Was ist denn das? Stell dich, Kapitän Thor. Stell dich, Kapitän Thor. Belohnung, Boiler, Ende 2. Was ist denn der? Der Kapitän. Belohnung, Tier. Ausprobieren. Da müssen wir Missionen machen und dann kriegen wir einen extra Bonus. Kleinschlüssel. Schau mal her, was wir gekriegt haben. Gut. Kleinschlüssel. Also, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein in dieser Folge. Mit mir. Ich hoffe, euch hat es auch so Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Also, vielleicht auch später in einer anderen Folge, World of Warcraft oder sonstiges. Bis später dann. Oder bis zum nächsten Warframe. Let's Play. Also, ciao, euer Extreme.